Jetzt nimmt es mich schon noch mal Wunder, wo wir das angetan haben. Ja, mit den Jahren sammeln sich halt alles ein wenig. Und zuerst mal einen richtigen Winter wieder einmal. Hoffentlich auch. Schauen wir doch mal das an. Ja, aber das habe ich eigentlich nicht gesucht. Ist das ein Sextoys? Ja, nein, 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 nein. Aber das habe ich jetzt nicht gerade gesucht. Also in der Suche ich ja eigentlich eine Schuhkette. Irgendwie eine Schuhkette. Ich weiss nicht, ob das eine Schuhkette sein könnte. Jetzt schaue ich doch mal. Aha, das ist eigentlich eine Schuhkette. Da steht es ja. Schuh-Step. Kein Sextoys, meine Lieben, eine Schuhkette. Kein Sextoys, meine Lieben, eine Schuhkette. Kein Sextoys, meine Lieben, eine Schuhkette. Kein Sextoys, meine Lieben, eine Schuhkette.